Moin zusammen. Guten Morgen. Wir haben den 10. April 2021. Wir sind im Münsterland in Lüdinghausen und laufen heute hier den dritten Ballonaton. Jan Philipp hat wieder eingeladen und uns eine Traumtour präsentiert. Wir schauen mal, wie träumerisch die wird. 7.46 Uhr, wir starten. Na gut, und los geht's. Musik In jeder Runde, in jeder zu laufenden Runde, müssen wir zweimal den See umsetzen. Musik Musik Viel Spaß. Über dem klugen See liegt hier so früh am Morgen eine ganz eigene Atmosphäre. Mit ganz viel Ruhe und Stille eigentlich. Musik Geht ihr den Dreck auf der Uhr zufällig? Auf dem Handy. Musik Auf jeden Fall ist hier ein richtig würziger Duft in der Luft. Richtig lecker. Musik Ich glaube, hier sollen wir eigentlich schwimmen. Musik Aber es ist wohl eher die Brücke damit gemeint. Vielleicht. Ja, vielleicht. Bei Jan Philipp weiß man nie. Musik 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 Wir kommen in Lüdingerhausen. Ja, wir sind gerne zu Gast. Musik Ja, 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 ja. Bei euch auch. Hey, sowas von sehr gut. Tschöneran. Musik Musik tych Die 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 Ja! Hi! 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 Ich bin neidisch auf die Frisur der Bäume. So lecker! Moin, guten Lauf noch für dich. Oh, ein Vp. Hier ist die Milchdankstelle. Moin! Moin! Der Streckenchef. Ja, gefällt es euch? Ja, bis jetzt schon. Ein bisschen mehr Sonne und dann haben wir's. Nummer 101. Noch nicht. Guten Morgen. Moin. Dann grüß dich. Moin. 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 Schöne Strecke wieder, ne? Ja, super. Ja. Das ist die Erinnerung an der nicht vorhandenen Hose. Das kann nur nicht sein. Sehr strecken-Smiley. Moin. Moin. Viel Spaß noch. Euch auch. Wir haben ihn nicht gesehen. Wir sind wieder dabei. Ja, jetzt erkenne ich ihn erst noch. Halt-Marathon-Diff. Sehr gut. Cool. Moin. 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 Bis gleich. Ja. Sehr cool. Hi. Ja, den Spruch mit dem VP schenke ich mir jetzt mal. Voll Hammer. Man kann es nicht verstehen. Hammer. Das ist gut. Das macht nichts. Ja, sehr gut. Guten Lauf noch. Danke euch auch. Tschüss. Moin. Moin. Ja. Ja. Zehn Jahre, ich bin müde. Heißen nur damals. Hi. Danke. Das Schöne kommt jetzt. Es nieselt die ganze Zeit so vor sich hin. Moin. Moin. Euch auch? Ich auch. Ja. Ja. So schön schön, ne? Sehr schön. Ja. 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 Bis demnächstes. Tschüss. Heute gibt es mal zwei Smilies. Ein Frosch-Smiley. Oh Moin. Hi. Oh. Nett. Ja. Alles gut soweit. Hallo. Hi. 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 Wir haben uns ja letzte Woche verpasst haben. Sind wir diesmal auf Konkurrenz-Vinie. Hi Dave. Wario kommt auf. Jo. Danke. Und dann wieder eine geile Strecke. Ja. Voll gut. Ich hoffe, Sie sehen sich. Ein geheimnisvoller Bonn. Irgendeiner hat hier drin Eier verschnitten. Viel Spaß noch? Euch auch! Ojo! Tuschauer. Nee, nase putzen. Wir sind wieder unterwegs wie jede Woche. Genau. Alles klar. Na, moin moin. Genau. Ja, wir sehen uns, ne? Ja. Moin. Wir sind wieder am Parkplatz. Die erste Runde ist geschafft. Ja, das war der dritte Ballonaton in diesem Jahr. In Lüdinghausen. In Lüdinghausen, genau. Das Motto hieß? Traumtour. Traumtour. Wenn wir auch Traumwetter gehabt hätten jetzt, dann wäre es eine Traumtour gewesen. Aber zum Laufen war das Wetter eigentlich gar nicht schlecht. Es ist eine richtig schöne Strecke. Und deswegen laufen wir sie jetzt auch nochmal. Einmal die rote Runde. Ja gut, alles klar. Bis nächste Woche, bis zum nächsten Mal. Selber laufen nicht vergessen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Danke fürs Mitlaufen. Tschüss. Tschüss. Hollande. bei